Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute fahre ich mal die Tenere vom Lukas. Wer ihn kennt, der war Großglockner auch mit dabei. Heute schauen wir mal sein Moped an, eine kleine Vorstellung oder was er alles dazu zu sagen hat, was er umbaut, was er vorhat. Genau, jetzt kommt erst einmal das Intro und dann geht's weiter mit dem Video. Hast du das gewusst, dass ich noch nie ein so ein Format gemacht habe? Was sehen wir was dazu? Baujahr, PS, Baikdaten, wie schaut's aus? War die neu? Ja, Neukauf, 10.500. 10.500? Ja. Ja gut, das sind, wenn ich meine Neukauf, die ist auch nicht weit davon entfernt. Schöne, bitte, bitte, Reise. Ja, das stimmt. Was, ABS? Komplett oder? Ja, ABS hat's halt normal und das kann man komplett abhalten für Offroad. Also Offroad, ABS. Offroad, ABS. Habe ich auch schon mal ausprobiert? Ja, habe ich vorhin angemacht. Das ist aber richtig scheiße. Zum Anschalten musst du immer stehen bleiben komplett. Nervt total, aber... Ja, und dann fahren, das geht bei mir auch nicht. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich vergesse das meistens bei mir. Wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Schotter fahre oder so, dann fahre ich da einfach rein und dann denke ich mir jedes Mal, verdammt, du hättest das ABS ausschalten können. Fahr mal vorne an, damit wir da ein bisschen System reinbringen. Lampen, was war genau, was nicht, das hast du ja mit der Zubaut, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Zwei Sturzbügel, der obere und der untere. Ja, der teure und der billigere. Einmal Markenqualität und einmal nicht. Ja, Stahl ist Stahl, oder? Ja, das stimmt. Kommt drauf an, welcher Stahl. Die Blinker, waren die schon dran, LED? Das sind von Yamaha, die originalen LED-Blinker. Ja. Die hat eigentlich die Mobil-Lampe. Die was? So wie du am Anfang gehabt hast. Achso, ja, die Klopper da. Hast du nur die Blinker umgebaut. Ja, beim Kauf habe ich gesagt, dass ich nicht die LED-Blinker dran habe, dann haben sie es gleich beim Kauf umgeändert. Ne, optisch schaut schon gut aus. LED, ist das LED oder Big Xenon oder Xenon oder? Das ist LED komplett. Ah, das ist cool. Nein, das ist echt sauhöch. Die Reifen schauen auch interessant aus. Ja, das sind halt auch so nicht reif, die erste Reifung. Ja, so Dual-Sport-mäßig für Straße-Offroad. Ja, die 60, 40, 60 Straße, 40 Offroad. Ja, da bist du ja gut aufgestellt. Bei mir ist auch nichts anderes da. Regen, top, trocken, top, Matsch. Ja, wie viel wiegt die? Leer, voll? Weißt du da was? Normaler Kaufzustand ist 204 Kilo. 204 Kilo. Leistung? 73 Kilo. Aber ein solides Drehmomentband, also das geht gleich von der untersten Drehzahl nach. Also du hast gleich von unten raus ein solides Drehmoment, angenehm zu fahren. Ja, zwei Zylinder, ein ruhiger. Schön ruhiger, aber der wackelt gar nichts. Spiegel auch original. Sind die zum Klappen wahrscheinlich nicht, oder? Original. Oh, alles original. Da schaut es bei mir schon ein bisschen schlechter aus. Ja, das ist nur zugebaut. Der ist original, also der ist original, ab Werk. Ja. Vollbox. Der ist halt... Mit dazu gebaut. Ja, nachgelistet. Zweimal USB. Handyhalterung, noch eine Handyhalterung. Ist das verstellbar? Ja, genau. Wo runter? Eigentlich ist die fest. Ja. Und so ist halt höhenverstellbar. Braucht man das? Was ist deine Meinung? Ich finde schon, ich habe es ab 1, 2 Zentimeter höher am Anfang. Voll die Umstellung, weil es viel lauter ist. Der gleicht der Wind voll an die Ohren hin. Aber man gewöhnt sich dann irgendwann ziemlich schnell dran. Äh, Tank? Wie viel hat der? Wie weit kommst? Ich habe es noch nie nachgefahren, aber ich finde, ich komme ziemlich weit. Das Loch hat 250, vielleicht ein bisschen näher. 16 Liter? Ja. Mit Reserve? Mit Reserve. Handguts, die sind aus Plastik, oder? Oh, 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 böser Fehler. Ja, ja. Da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, da können irgendwann noch Alu verstärkt. Da kann ich da mal welche empfehlen. Die, was ich dran habe. Nee, schaut schon top aus. Du hast doch nachgerichtet. Hauptständer für Reifen wechseln. Ja, hat mir vor drei Wochen schon gut geholfen. Du warst in Italien? Ja, in Friaul. In Fri was? Friaul. Friaul, sagt man gar nichts. Also ich bin in Italien, aber es ist halt noch besser zu Österreich. Reifen glatt gefahren am zweiten Tag. Ja. Und dann sind wir den ganzen Tag vom Kompressor zu Kompressor gefahren, haben den immer wieder ausgefumpt. Du hast ja auch einen Auspuff, oder? Sportauspuff dran, Beute? Von Wings. War das Komplettanlage, oder? Hitzeschutz. Costa Quanta. Die 190 Euro. Ist in Ordnung, ja. Von 1 bis 10, was sagst du vom Sound? Könnte besser sein, ganz ehrlich. Aber im Vergleich zu der XSR davor, die hat einen echt kernigen Soundcup. Die war aber auch noch Euro 4. Ich weiß nicht, ob das allein den Unterschied macht. Aber ich finde, die verschluckt ein bisschen mehr den Sound. Ja, ich glaube, dass es auch drauf ankommt, welche Marke du dir kaufst. War der... Das Koffersystem ist noch nach. Schön, dass du meine Gedanken lesen kannst. Drangebaut. Wie viele Liter kriegst du da rein? Also Koffer links und rechts wahrscheinlich beide. Wie der Bügel von Aufenturertech halt. Ja. So, Bügel, linker Koffer, rechter Koffer. Was hat das gekostet mit dem Koffer? Also das hast du auch... Das haben wir 13 Euro kostet. Sportlich. Ja, du fährst aber auch öfter als ich Tagestouren. Oder auch generell mal weg. Was war die längste Tour, die du gefahren bist? An einem Stück? Acht, neun Stunden. Neun Stunden. Bequemlichkeit? Ja, aber sieben Stunden ist schon echt stark. Bei mir ist es so, ich bin ja Sölkpass gefahren, was da eine Empfehlung war. Bin ich, glaube, drei Stunden einfach hin und drei Stunden zurück. Und ich muss ehrlich sagen, drei Stunden einfach hin, da wurde schon grenzwertig bei der Hinfahrt. Und bei der Zurückfahrt, wo ich mir gedacht habe, ich habe oben, also eine halbe Stunde Pause gemacht, weil ich alleine unterwegs war. Und dann bin ich zurückgefahren und da habe ich mir gedacht, muss ich länger Pause machen. Ja, müssen wir mal länger durchfahren und dann tauschen. Was können wir meine und ich was eigentlich? Ich habe es geplant, da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Da muss ich mich nochmal dran setzen. Mei, wenn du Lust hast, kann ich dir mal die Sachen zeigen, was mir unten gefahren sind. Was mir alle gefahren sind, sind Geheimtipps. Jungs, wir sind drin. Das ist natürlich wieder sehr interessant. Freunde, ich glaube, ich habe für nächstes Jahr vielleicht ein paar Ideen. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Im Gelände deine Vorteile? Ja, und da ist halt genau andersrum. Und da, ich finde, das ist der beste Kompromiss für alles. Das stimmt schon, ja, lange Fahrt mit komfortabel und ein bisschen Offroad. Die geht halt noch ein bisschen drüber raus, die ist von der Mittelklasse Reisenduros mit das leichteste, was du haben kannst. Das, was da verbaut ist, ist halt auch schon lange bewährt. Das ist bekannt, alt bewährt. Man weiß, Schwachstellen gibt es und dann kommt noch dazu, sie ist extrem billig für die Preisklasse, also Motorradklasse. Was, wie viel die kostet? Was haben wir gesagt? Neufreis, so 10,5. Ja, Optik schaut auch in Ordnung aus. Auf jeden Fall. 200 offen. Schon mal gefahren? Ich glaube nicht, 180 vielleicht mal. Bei hoher Geschwindigkeit ist einfach nur wieder Windschild, Wind, was dann einfach so gegen die Ohren und gegen den Helm empfangen. Und Kopf einziehen. Ja, das wäre... Mehr oder weniger. Aber es ist einfach halt, ich fand, das ist ein bisschen verschüttelnd. Ist das Plastik, oder? Tank ist Metall, aber sonst ist es Plastik. Jetzt nur fahren, ha? Jo. Ja gut, dann schauen wir einfach mal. Bin ich mal sehr, sehr gespannt auf den Rufel. Alter, was für ein Cockpit. 200 Kilo. Uiuiui. Ist schon ein Gerät, du? Uiuiui. Einmal Power. Leerlauf. Ui. Da bin ich mal gespannt. Erster Fahrindruck. Nein, Lüge, ich bin die sogar schon mal gefahren. Digitale Drehzahlanzeige. ABS ist an, das schalten wir später aus. Alter, viel ruhiger. So Leute, jetzt fahren wir mal die Tinnere. Bisschen Probe. Ich bin die schon mal gefahren und ich muss ehrlich sagen, Alter, fährt sich die ruhig. Also im Vergleich ein Zylinder, was ich habe, komforttechnisch komplett was anderes. Mit zwei Zylinder unterwegs sein. Und ja, ich glaube, ich weiß, dass ich mein Kappen bin. Ich merke es im Gesicht, auf der Seite ist schon recht laut. Aber so, also 200 Kilo, auf der Straße zumindest, merkt man es recht wenig. Im Gelände willst du wieder wahrscheinlich komplett anders ausschauen. Aber so, erster Test, easy cheesy. Also ganz entspannt. Schwerpunkt auch recht tief. Sitzposition, ja, recht angenehm. Das einzigste Manko, was ich jetzt habe, Alter, wie wuchtig es einfach ausschaut. Das einzigste Manko, was ich jetzt habe, oder woran ich mich gewöhnen müsste, glaube ich, wäre vielleicht der Wind. Alter, ist schon recht laut, aber wie Luca schon gemeint gehabt hat, vorbei. Eine reine Gewöhnungssache. 120 ganz leicht. Also bei meiner muss ich ehrlich sagen, mit 120 schaut die Welt schon wieder komplett anders aus bei der Einzylinder. Da wackelt alles, da vibriert alles. Und bei der ist es schon seidenweich. Kann man nicht mit vergleichen. Gefällt mir schon richtig gut. Aber ich glaube, wenn es mal ins grovere geht oder ins steilere, groberes Gelände, da müsste mich das Bike noch überzeugen. Fährt sich aber schön. Nice and easy. Was mir aber sonst noch auffällt, ist Sound. Sie ist definitiv viel leiser wie meine. Aber würde ich so jetzt nicht als Kreditpunkt dastehen lassen. Ich meine, Komfort, Optik, so top. Einer ist mit der sogar Erzberg mitgefahren. Wo ich mir denke, ich das zweite Mal auf diesem Bike beim ersten Mal mit der Kamera nicht laufen kann. Alter, was für ein Oschi. Hut ab, Respekt an den Typen. Aber wahrscheinlich auch alles umgebaut. Auch vielleicht auf Sport. Also die fühlt sich schon verdammt gut. Niedriger Tiefpunkt. Kurven, alles easy. LED schon mit eingebaut. Nur ein bisschen Respekt hätte ich, wie gesagt, noch im Gelände. Aber das testen wir jetzt auch gleich mal aus. 20 Minuten später. Deins ist, glaube ich, eh aus. Ja, blinkt. Bin ich mal gespannt. So, kleiner Offroad-Eindruck. Alter, ist die weich. Ja, rutschig bisher. Können am Profil liegen. Der Tank ist mal ein bisschen im Weg, wenn ich mich nach vorne lehnen möchte. Aber so, es ist ungewohnt. Mit 200 Kilo fährt sich schon recht gut. Also hätte ich echt nicht erwartet. Alter, die Federung auch butterweich. Drehmoment auch vorhanden. Ist schon geil, Alter. Nur im härteren Gelände weiß ich es nicht. Da müsste ich mich noch ein bisschen rantasten. Und da müsste ich das Bike noch länger kennenlernen. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Aber ich mache hier einen professionellen Test. Drehmoment vorhanden. Und ich muss sagen, ich fühle mich sicher. Stabil. Finde ich bequem. Leistung ist da. Trotz 200 Kilo. Nice and easy. Ich bin wirklich überrascht. Nur man sieht es vielleicht. Der Tank ist mal vielleicht ein bisschen im Weg. Macht mega Spaß. Hä? Das ist irgendwie die 200 Kilo. Den merkst du eigentlich gar nicht. Nicht, oder? Das ist brutal. Vor allem butterweich. Was ist das? Vorderrad ist mir bei der noch nicht weggerufen. Bei der ist das vorhin mal passiert. Bei der ist das noch nicht passiert. Nee, aber hinten habe ich es gemerkt gehabt. Ja, hinten. Wenn es Gas gibt oder so. Aber ich finde, das brennt sich von allein alles ganz easy ein. Ja, das ist brutal. Ich sage mal, erster Eindruck, sehr geil. Auch vom Gewicht her. Irgendwie habe ich jetzt die 200 Kilo habe ich jetzt nicht gemerkt. Und Federung auch butterweich. Nur das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist es da, wenn ich da anstehe, wenn ich im Stehen fahre. Ja, bis. Aber ist jetzt nicht, ist es keine Dramatik. Ja, wird auch das ganz gut zum Beispiel. Dass man da ein bisschen... Ja, dass du dich da einzwicken kannst. Ja, genau. Ich sage mal, für die Strecken, für Sandwege, tiptop, kann ich mich nicht beschweren. Ja, nur ich weiß halt nicht im groben Gelände, wenn du jetzt irgendwie so direkt im Wald unterwegs bist. Da wüsste ich es nicht. Ich glaube, wenn du einmal liegst im Wald, wenn du am Arbeiten bist, ich glaube, da merkst du nicht die 200 Kilo auf alle Fälle. Ich muss irgendwie ehrlich sagen, auf der nicht so viel Angst gehabt, weil die kenne ich ja. Eben mit Vorderreifen wegrutschen, muss ich ehrlich sagen, also Vertrauen auf der, es kommt schneller wie bei der auf alle Fälle. Ja, ich habe das ausgesetzt, jetzt auf meine Vorderreifen, am Anfang ein bisschen wegrutschen und dann ein bisschen langsamer gemacht. Aber das ist ja Wahnsinn, wie die einfedert. Brutal. Da kommen wir das schon härter vor. Ja, das ist mir auch ein bisschen so vorgekommen. Das ist reine Einstrengung. So, richtig top. Aber die zwei Mankos, was ich persönlich habe, wenn ich mal ins Gröbere fahre, mehr Gelände und wenn ich die mal hinschmeiß, da glaube ich, aber so für Touren irgendwie ideal. Oder was ist denn deine Meinung, wer sollte sich die kaufen oder für wem glaubst du, dass die gemacht? Ja, Tagestun oder halt alles, was über das Tagestun-Ding hinaus ist. Da kannst du ja von der Feierabend, das ist auch Daily Driver auch top. Es ist für alles eigentlich ganz gut geeignet. Ja, der ist schon top. Da finde ich die eher mehr so im Gelände daheim. Da merkt man halt schon wieder, bei der kommt die Sport-Enduro durch. Aber der ist halt mehr flexibler vom Einsatzbereich. Aber so, schneeges Teil. Top. Wenn ich das Geld habe, zweites Motorrad. Aber habe ich leider nicht. Na gut, Leute. Dann war es das, glaube ich, an dieser Stelle. Nochmal im Vergleich die beiden 690 und Tenere 700. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Ja. Fürs Fahren lassen. Also nicht einen fahren lassen, sondern mich die fahren lassen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es im Großglockner-Video schon mal angesprochen, dass du mein Ansprechpartner für Touren bist. Ja. Weil ich kenne mich da recht wenig aus. Auch die Empfehlungen, Sölkpass, Großglockner und vielleicht auch ein paar zukünftige. Aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Kommt alles von den netten Herren hier. Vielen Dank schon mal dafür. Dann war es das mit dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da, Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Das war es.